Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also ich habe da jetzt Stahlwolle, ganz einfache Stahlwolle, die ich habe mal auseinandergezupft, dass das schön fluffig ist und schön wein. Und dann gebe ich das Ganze in den Bandschneewesen. Merkt das jetzt, dass wir vielleicht auch die größere nehmen können. Bestoppt das da einfach mal da rein. Wir sind sparsamer. Da gibt es auch schon das Foto, oder? Das ist das Foto. Das ist das Foto. Das ist das Foto. Das ist das Foto. Das Foto. Das Foto. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020